Moin, hier ist Arne und ich erzähle euch heute, warum ich mich täglich wiege und warum auch ihr das tun solltet. Bei den Überlegungen zu diesem Video ist mir heute durch Zufall ein aktueller Beitrag in der Brigitte in die Finger gekommen, der da heißt, 5 gute Gründe, warum wir uns nicht mehr wiegen sollen. Einer unserer Vorjahrsneusätze, wir lassen uns von der Waage nicht länger tyrannisieren, aus 5 guten Gründen, was ich a gegen diese 5 guten Gründe für eine eigene Meinung habe und warum ich trotz alledem der Meinung bin, dass es absolut sinnvoll ist, sich regelmäßig, vielleicht sogar täglich zu wiegen, das möchte ich euch jetzt genauer erklären. Also Punkt 1, warum man sich angeblich nicht mehr wiegen sollte. Weil uns das Idealgewicht nicht glücklich macht. Was ändert sich, wenn wir 3 Kilo weniger wiegen? Nicht viel, außer einer weiteren schnöden Zahl unserer Kleidergröße. Blablabla und so weiter und so fort. Okay. Punkt 2, weil uns das Wiegen stresst. Verdammt, schon wieder 600 Gramm mehr. Gleich darauf noch ein paar von den leckeren Pralinen und schon klappt es nicht mehr mit dem Gewicht halten. Blablabla und so weiter. Punkt 3, weil wir lieber unseren Körper anschauen, anstatt ein Display. Wir wiegen uns, weil wir gut aussehen und gesund sein wollen. Doch die nackte Zahl allein sagt wenig über Optik und Gesundheit aus. Wie fit und wie schön wir tatsächlich sind, sehen wir viel mehr im Spiegel als auf der Waage und so weiter. Blablabla. Punkt 4, weil wir einem seelenlosen Gerät keine Macht über uns geben. Wir sind freier, wenn wir aufhören, uns regelmäßig zu wiegen. Denn wer einmal angefangen hat, täglich auf die Waage zu steigen, entwickelt schnell eine Art Obsession mit dem eigenen Gewicht. Und darauf können wir getrost verzichten. Punkt 5, weil das Gewicht nichts über unseren Fettgehalt unseres Körpers aussagt. Die Zahl auf der Waage sagt nichts über unseren Körperfettenteil unseres Körpers aus. Zum Beispiel steigt das Gewicht, wenn wir anfangen, beim Sport Muskeln aufzubauen. Punkt, Punkt, Punkt. Also dies quasi mal in Kurzform zu den 5 guten Gründen der Brigitte.de, warum wir uns nicht mehr wiegen sollen. Und jetzt meine bescheidene Meinung zu diesem Thema. Also wenn ich mir diese 5 Punkte der Brigitte mal genauer anschaue, dann muss man das Ganze irgendwie zunächst einmal relativieren. Also dass ein Idealgewicht alleine nicht glücklich mag, das mag sein. Aber ein Nicht-Idealgewicht oder ein Unideales Gewicht oder wie auch immer, macht definitiv erst recht schon mal überhaupt gar nicht glücklich. Von daher sei es doch bitte jedem freigestellt, sein wie auch immer definiertes Gewicht, Körperform, Körperfettanteil, wie auch immer, für sich ganz individuell zu definieren und entsprechend zu verfolgen. Von daher kann das dann durchaus glücklich machen, wenn man das entsprechend auch erreicht. Der zweite Punkt, wenn das Wiegen einen stresst. Also mich persönlich, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, stresst es viel mehr, wenn Kleidungsstücke, sei es Hemden oder Hosen oder was auch immer, wenn die mir nicht mehr so passen, wie ich mir das vorstelle. Von daher ist das Wiegen das deutlich geringere Übel, wenn es mir wie auch immer dazu verhilft, dass ich diese Klamotten, die ich gerne mag, auch wieder tragen kann. Der dritte Punkt, weil wir lieber unseren Körper anschauen als ein Display. Ja, na klar, ich schaue mir auch gerne an, wie ich erfolgreich durch Sport, gesunde Ernährung, wie auch immer, in die Form gerate, die mir so vorschwebt. Und auch da wieder, die Waage ist gegebenenfalls für mich ein Mittel zum Zweck und nicht der alleinige Zweck des Wiegenswillens, sondern dahinter liegt ja ein gewisses Ziel, was ich verfolge. Und wenn mir die Waage auf dem Weg dahin hilft, okay, dann passt das. Und der vierte Punkt, weil wir einem seelenlosen Gerät nicht die Macht über uns geben wollen. Ja, natürlich nicht. Auch da, ich wiederhole mich, die Waage ist ein Mittel zum Zweck, was ich einsetzen kann, um zu verfolgen, inwieweit ich mich auf dem richtigen Weg zu einem von mir definierten Ziel befinde und mehr auch nicht. Ich gebe also keinerlei Macht ab. Ich bin derjenige, der sagt, wo es längst geht. Und ja, die Waage ist ein Mittel auf dem Weg dahin. Der fünfte Punkt, weil das Gewicht nichts über den Fettgehalt eines unseres Körpers aussagt. Ja, richtig. Ich rede ja auch nicht von der schnöden 0815-Wage, die schon meine Oma benutzt hat, sondern von einer Waage, die durchaus auch in der Lage ist, sehr genau einen Körperfettanteil zu bestimmen. Und da liegt auch bei mir mehr der Fokus drauf. Das heißt, das Zusammenspiel aus den Werten, die ich sowohl gewichtsmäßig als auch körperfettanteilstechnisch erhebe, die ich wiederum verbinde mit auch Daten hinsichtlich von Körperumfängen, sei es Brustumfang, Bauchumfang, Oberschenkelumfang. Das Ganze muss man natürlich irgendwie in der Gesamtheit betrachten und nicht nur isoliert auf das Gewicht. Und das Argument, dass ja Muskeln mehr wiegen als Körperfett, das ist auch schön und gut. Aber wenn ich bei 1,80 Meter an die 100-Kilo-Wiege in den Spiegel schaue und eine üppige Fettrolle in der Hand halte, dann ist das grundsätzlich schon mal nicht so optimal. Und ich kann also ganz solide das ein oder andere Kilo noch ganz gut verlieren und trotzdem natürlich die Form insgesamt genauer im Blick behalten dabei. Und eben auch insbesondere einen Fokus auf den Körperfettanteil legen, der natürlich auch im Laufe des Trainings entsprechend geringer wird. Mit diesem Abschluss dieser kleinen 5 Gründe, warum man sich nicht mehr wiegen soll, aus der lieben Brigitte, möchte ich jetzt also noch quasi direkt überleiten zu dem Konzept oder mit der Idee, die ich verfolge, wie ich wiederum mein Gewicht versuche im Blick zu halten und warum es gerade genau wichtig und interessant ist, das Ganze auch möglichst täglich zu machen. Wenn man eine gedachte Achse zwischen Zeit und Gewicht betrachtet und die Entwicklung dazwischen, dann ist es so, dass angenommen, man würde sich nur alle zig Wochen oder vielleicht sogar Monate wiegen und hätte einmal hier einen Datenpunkt, einen Datenpunkt hier und einen Datenpunkt hier. Dann könnte das auf den ersten Blick, wenn man diese Kurven verbindet, aussehen, als würde es irgendwie hier, wie auch immer, steil nach oben gehen. Tatsächlich hätte man sich aber regelmäßiger gewogen, könnte die Wahrheit ganz anders aussehen. Denn die Werte könnten vielleicht so aussehen, so aussehen und irgendwie gab es hier eine Messspitze und eigentlich gingen die Daten weiter. Und würde man jetzt eine gedachte Linie zwischen diesen Messpunkten, den tatsächlichen Messpunkten, zeichnen, sähe der Weg oder die Gewichtsentwicklung deutlich anders aus. Ein anderes Beispiel wäre vielleicht der Fall, dass ich ähnlich wieder drei verschiedene Datenpunkte habe, zack, zack und zack, was auf den ersten Blick irgendwie relativ gerade aussieht. In Wirklichkeit habe ich jedoch hier noch eine ganze Reihe anderer Datenpunkte und würde ich die jetzt verbinden, dann würde es irgendwie auf eine gewisse Art und Weise weiter entsprechend nach oben gehen. Wo ich hierbei darauf hinaus möchte, ist die Tatsache, dass ich einfach nicht wissen kann, was zwischen diesen einzelnen Datenpunkten tatsächlich passiert ist. Bei Männern mag das zum Teil noch ein bisschen konstanter sein, bei Frauen dagegen durch den Zyklus bedingt sind die Schwankungen im Gewicht, und das kann jede von euch selbst wahrscheinlich selbst bestätigen, noch deutlich extremer. Das heißt, es kann hier zum Teil um mehrere Kilo rauf und runter gehen. Und wenn ich einfach sehr unregelmäßig dann und wann einfach mal ein Gewicht von mir selbst nehme und dokumentiere, dann kann das unglücklicherweise gerade ein besonders hoher oder besonders tiefer Punkt gewesen sein und kann im Rahmen einer längerfristigen Betrachtung einfach ein völlig falsches Bild quasi darlegen. Und das ist mein Argument, ganz stark zu sagen, eher häufiger, gegebenenfalls sogar täglich, tatsächlich das Gewicht zu messen, weil Anhäufung von gewissen Messpunkten in bestimmten Bereichen und bestimmten Kilo-Bereichen bestätigen einfach quasi das Gesamtbild und unterlegen das, was man vielleicht als subjektives Gefühl hat, dass es ein bisschen zu viel ist oder ein bisschen zu wenig und unterlegt das Ganze einfach mit validen Daten. Und ich kann einfach besser damit arbeiten, wenn ich, wie in diesem Beispiel, ich wische das hier einmal weg, einfach mehr genauere Datenpunkte habe und damit eine verlässlichere Aussage treffen kann, wie die tatsächliche Entwicklung ist, um mögliche Messspitzen oder Fehlmessungen, die ich hier hatte, die irgendwo völlig außerhalb meines normalen Verlaufs sind, einfach mal eliminieren und vor allem ignorieren kann, um mich von diesen nicht verwirren zu lassen, zwischen denen ich sonst irgendwie eine wie auch immer geartete Kurve hätte zeichnen können, aber durch einfach die Regelmäßigkeit der Datenpunkte, die ich habe, bin ich viel besser in der Lage, eine sehr viel gemäßigtere Entwicklung nachzuvollziehen. Und dabei ist es ganz unerheblich, ob ich auf der Zeitachse jetzt meine Kilos betrachte oder auch hier oben statt Kilos Körperfettanteil, also sprich Körperfettprozente, also sprich der Anteil, zu dem mein Körper eben aus Fett besteht, auftrage. Auch die Entwicklung meines Körperfettanteils kann ich auf die gleiche Art und Weise dokumentieren, was wiederum den Punkt aus den Brigitte-Punkten entkräftet, als dass das reine Gewicht gar nichts aussagt. Da bin ich ein Stück weit dabei. Wenn ich das Ganze aber tatsächlich auf meinen Körperfettanteil beziehe, dann habe ich da schon eine recht aussagekräftige Möglichkeit, um eben eine Entwicklung über einen längeren Zeitraum genauer beobachten zu können. Und das sind auf jeden Fall schon mal für mich viele Gründe, warum es für mich durchaus Sinn macht, regelmäßig mein Gewicht, mein Körperfettanteil und vielleicht darüber hinaus sogar auch noch verschiedene Körpermaße zu entnehmen, um gerade diese großen Abweichungen von meinem normalen Mittelwert einfach rausstreichen, ignorieren zu können und ich damit eine viel verlässlichere, genauere Entwicklung über einen gewissen Zeitraum verfolgen kann. Jetzt zum Schluss möchte ich euch das Ganze noch einmal beispielhaft zeigen, wie ich dieses Prinzip dieser regelmäßigen Gewichtsmessung in der Praxis anwende und wie auch ihr vielleicht davon gegebenenfalls profitieren könnt. Zunächst einmal starte ich in dem Falle mit einer Excel-Datei, das könnte exemplarisch natürlich auch ein Blatt Papier sein, auf dem ihr das Ganze einfach händisch ausrechnet, aber Excel ist dafür ein denkbar praktisches Gerät. Zunächst einmal starte ich mit meinem aktuellen Gewicht, das waren heute 96,6 Kilo, die ich wiederum in eine Spalte in eine Excel-Tabelle setze. Davor kommt das aktuelle Datum, das ist der 4. Januar 2016. Das Datum führe ich fort, beispielsweise bis etwa Mitte des Monats und so weiter. In einer nächsten Spalte neben dem aktuellen Datum, meinem aktuellen Gewicht, kommt mein Zielgewicht in diese Spalte. Und das Zielgewicht errechnet sich in dem Falle wiederum aus meinem aktuellen Gewicht des aktuellen Tages, beziehungsweise des Vortages, abzüglich eines gesunden Gewichtsverlustes. Und diesen gesunden Gewichtsverlust kann ich ganz einfach berechnen, indem ich zunächst einmal einen Wert pro Woche, der da so zwischen 800 Gramm oder auch 1000 Gramm, also einem Kilo, pro Woche lieben kann, den ich berechnen kann, und auf einen Tag runterbreche. Bei einem Kilo wären das also knappe 142 Gramm, die ich also pro Tag gerne abnehmen möchte und schreibe also mein aktuelles Gewicht fort auf den folgenden Tag und errechne die Differenz meines aktuellen Gewichts minus 142 Gramm und trage das hier ein. Und in Excel lässt sich sowas per Formel ganz hervorragend weiterschreiben und ich kann mir sozusagen selbst dann, indem ich die Zeile wiederum vorne ablese, an dem aktuellen Datum, weiß ich den Tag X, an dem ich dann mit diesem moderaten Gewichtsverlust genau mein Zielgewicht erreiche, was in diesem Fall 85 Kilogramm sind. 85 Kilogramm ist also mein derzeit angepeiltes Gewicht und das würde ich nach meiner Rechnung, die ich heute mal angestellt habe, irgendwie gegen Mitte April erreichen. Ich kann es also auf den Tag festmachen, zu dem ich idealerweise diese 85 Kilo erreiche, auf der Grundlage eines Gewichtsverlusts von einem Kilo pro Woche. Ergänzen kann ich das Ganze noch um einen sogenannten Puffer, das heißt, ich errechne zu meinem Zielgewicht des Tages entweder beispielsweise plus 1,5 Kilo und trage das entsprechend fort oder minus 1,5 Kilo. Im Ganzen ergibt das, wenn ich das Ganze hier einmal weglösche, ein Diagramm, was einmal die obere Grenze meines Gewichts markiert, die untere Grenze meines Gewichts und die Idealentwicklung meines Gewichts bis hin zu meinem Zielpunkt. Ich starte also hier oben bei den 96,6 Kilo und habe zu jedem Zeitpunkt eine Differenz nach oben, in meinem Beispiel von 1,5 Kilo und nach unten von 1,5 Kilo und werde mich also idealerweise direkt in diesem Korridor bewegen und über diesen Korridor und die regelmäßigen Messungen sicherstellen, dass ich im Idealfall mich genau auch wirklich in diesem bewege und habe über genau die täglichen Messungen die Möglichkeit, also schon während dieser Entwicklung frühzeitig gegenzusteuern, wenn es entweder mal zu weit nach oben geht und mit entsprechend einer intensiveren, umfangreicheren Trainingseinheit oder entsprechender Ernährungsanpassung oder auch im Bereich nach unten entsprechend gegenzusteuern. Weil nichts ist hinsichtlich eines Jojo-Effekts, den man vermeiden möchte, gefährlicher, als wenn man einfach zu schnell hier abnimmt. Das möchte man also vermeiden, sondern idealerweise bleibt man über einen Verlauf von mehreren Wochen oder sogar Monaten in einem idealen Korridor, wo also ein gesunder Gewichtsverlust stattfindet, um also an diesem Zielpunkt, in dem Falle Mitte April anzukommen, um diese 85 Kilo zu erreichen. Und analog ist diese ganze Methodik natürlich auch wiederum für den Körperfettanteil zu sehen. Das heißt, das ist nicht nur isoliert auf die Kilos an sich, denn selbstverständlich geht die entsprechende Ernährung und das Training auch natürlich hin zu der Ausbildung von mehr Muskulatur. Muskulatur wiegt wiederum mehr Gewicht und das kompensiert natürlich den Verlust an Körperfett, den man hat. Nichtsdestotrotz, Muskeln hin oder her, ist also dieses Zielgewicht von 85 Kilo bei mir jetzt beispielsweise als Ziel gesetzt, was ich eben anstrebe und passt also die anderen Parameter dahingehend also entsprechend an. Ich hoffe, euch hat das ein bisschen inspiriert, vielleicht über das Thema regelmäßiges Wiegen auch einmal nachzudenken. Ich finde, da ist überhaupt nichts Problematisches und Schwieriges dran. Und eine Obsession sehe ich da nicht. Ich habe eher die Obsession für Daten und Zahlen und das Überwachen des Ganzen. Aber mich motiviert das im positiven Sinne und vielleicht ist es bei euch ähnlich auch. Und ich lade euch ein, herzlich auch in Zukunft das Ganze weiter zu beobachten. Ich möchte euch gerne hier weiter darüber informieren, wie es sowohl mit dem Training als auch natürlich der Gewichtsentwicklung weitergeht und ob ich auch tatsächlich Mitte April entsprechend mein angestrebtes Zielgewicht erreiche. In diesem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal. Moin, hier ist Arne und ich möchte euch heute erzählen, warum ich mich täglich... Lach nicht! So wird das nix, so bin ich hier morgen noch dabei! Zugegebenermaßen darf man sowohl meine eigene Meinung nur erstmal bedingt für voll nehmen. Nein, meine Meinung soll man schon für voll nehmen, aber die von der Brigitte nicht. Also lächeln ist gut. Und wobei ich darauf hinaus will... Scheiße, jetzt habe ich es weggewischt. Wenn ich Datenpunkte vielleicht in dieser Art und Weise hätte... Das ist schon auch scheiße. Also lächeln ist gut. Dann ähnelt das zwar wieder dem davor, Blasch... Was habe ich jetzt davor gehabt? Eins hoch, jetzt brauche ich ja eins mit runter. Nein!